Hallo liebe Gartenfreunde, schön, dass ihr mal wieder reinschaut hier bei Gärtner Pötzkes Grünen Tipp. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, auch wenn es ein wenig nass wird. Denn heute möchte ich euch zeigen, wie man in wenigen einfachen Schritten einen kleinen Mini-Teich anlegt. Wasser fasziniert groß und klein. Für viele hat es sogar eine beruhigende Wirkung. Aber was ist, wenn man im Garten keinen Platz hat für einen normalen Teich? Ganz einfach, die Lösung ist ein kleiner Mini-Teich. Denn viele Wasserpflanzen lassen sich auch problemlos in beengte Gefäße pflanzen. So braucht man auch bei kleineren Verhältnissen nicht auf einen schönen blühenden Wassergarten zu verzichten. Und das Beste ist, er passt sogar auf Balkon und Terrasse. Ich habe mich heute für eine alte Zinkwanne entschieden. Theoretisch könnte aber auch jedes andere Gefäß nehmen, solange es nur wasserdicht ist. Falls nicht, könnte man es auch einfach auskleiden mit Teichfolie. Wichtig ist nur, dass ihr euren Mini-Teich direkt am endgültigen Standort bepflanzt. Nämlich, wenn er einmal befüllt ist, lässt er sich nur ganz schwer wieder bewegen. Zunächst lege ich einige größere Steine in die Wanne, um unterschiedliche Pflanzhöhen für die Wasserpflanzen zu schaffen. Den Rest des Bodens bedecke ich dann anschließend mit Kieselsteinen. Neugekauften Kies solltet ihr am besten abwaschen, um das Wasser nicht direkt zu verschmutzen. Das geht zum Beispiel ganz einfach in einem Eimer. Im nächsten Schritt kümmere ich mich um die Pflanzen. Diese werden nun in solche speziellen Pflanzkörbe aus Kunststoff gesetzt, denn die dämmen eine unerwünschte Ausbreitung ein. Um die Körbe zu beschweren, befülle ich auch sie zuerst mit einer dünnen Schicht Kies. Wasserpflanzen sollten immer in nährstoffarme Teicherde gesetzt werden, damit sich keine Algen bilden. Da diese Körbe hier sehr feinmaschig sind, kann ich sie direkt bepflanzen. Gitterkörbe mit groben Maschen solltet ihr dagegen mit Vlies auslegen, damit die Erde nicht ausgespült wird. Aus dem gleichen Grund decke ich die Erde jetzt auch noch einmal mit Kieselsteinen ab. Beim Einsetzen der Pflanzen müsst ihr jetzt nur noch auf die richtige Pflanztiefe achten. Und dann kann der Miniteich auch schon mit Wasser aufgefüllt werden. Ideal wäre kalkarmes Wasser, zum Beispiel Regenwasser aus einer Regentonne. Ansonsten tut es aber auch der Gartenschlauch. Nun dauert es nicht mehr lange und euer Miniteich entwickelt sich zu einer prächtig blühenden Wasserlandschaft. Optimal ist ein Standort, der in der Mittagszeit etwas Schatten bietet. Dann heizt sich das Wasser nicht so sehr auf und es verhindert, dass sich zu viele Algen bilden. Zudem solltet ihr darauf achten, dass das Wasser, wenn es im Sommer verdunstet, regelmäßig nachgefüllt wird. Ich hoffe, dieses Thema hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Angefangen von der Wahl des Pflanzgefäßes bis hin zur Auswahl der Pflanzen gibt es unendliche Möglichkeiten, seinen eigenen Geschmack in diesem Miniteich zu verwirklichen. Probiert es einfach mal aus. Ihr habt ja gesehen, es ist ganz einfach. Viel Spaß und viel Erfolg dabei wünscht euch eure Cornelia Pötschke. Meine beste Rasen kann Unkraut enthalten, wie hier zum Beispiel Löwenzahn. Er rucket und schneidet dann die Folie kreuzförmig ein.